Wenn aus Smart genial wird, wenn aus vertrauensvoller Kooperation eine Allianz wird, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Entdecke den Digital Leader in dir und übernimm die Führung deiner digitalen Businesswelt. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es geht um das Thema digitale Kommunikation. Und ich habe ja gestern versprochen, wir machen hier ein Daily-Format. Also nehme ich euch natürlich live mit in so meinen Arbeitsalltag. Und ich bereite mich gerade vor auf ein Speaking Morgen in meinem Live-Mentoring in der Mastercraft. Das ist ein besonderes Programm für Bau- und Handwerksunternehmen, was wir in der Genius Alliance University ausrichten. Ein Programm über mehrere Wochen. Einmal die Woche gibt es ein Mentoring. Ich bin morgen dran. Das ist das dritte Meeting. Und super spannendes Thema. Warum? Weil das, was ich hier zum Thema digitale Kommunikation erzähle, ist im Grunde auch das, was so für viele, also wirklich viele, eigentlich über 90 Prozent würde ich sagen, an Startup-Unternehmen oder auch für Startup-Unternehmen gilt. Und ich nehme euch jetzt mal mit, so in mein Skript. Es ist jetzt nur so ein Auszug, damit das jetzt hier nicht ausartet in der Podcast-Folge. Aber ich denke, es sind ein paar ganz wichtige Learnings mit dabei. Und zwar nehme ich euch jetzt mit in die digitale Kommunikation des 21. Jahrhunderts. Und jetzt stelle ich euch ein paar Fragen. Es sind genau vier. Ihr könnt die für euch selbst beantworten. Ich kriege jetzt leider keine Antwort. Es sei denn, ihr macht euch die Mühe und schreibt die in die Kommentare unter diese Shownotes. Dann ist das natürlich für mich super spannend. Erste Frage. Wer von euch hat schon mal ein Live-Chat als Support-Funktion auf der Website genutzt? Ihr kennt das. Unten rechts, links, je nachdem, so ein Live-Chat. Wer hat das schon mal genutzt? Gedanklich einen Haken dahinter machen oder sagen, wow, nee, völlig neue Technologie, krass. Nächste Frage. Wem ist schon mal so ein Chatbot über den Weg gelaufen? Wer hat schon mal so ein Chatbot erlebt? Auch interessant. Hochtechnologie, wenn er intelligent ist, wenn er eine KI hat. Wer hat schon mal einen Business-Podcast gehört? Blöde Frage. Ihr hört ihn gerade. Und die vierte Frage. Wer ist schon mal einer Community beigetreten? Auch eine blöde Frage, weil viele von euch sind bei der Genius Alliance University mit dabei und das ist eine Community. Also die Fragen einfach mal so. Und jetzt werdet ihr euch denken, was fragt der denn da? Und meine zentrale Frage ist, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, dann sind das ja alles Interaktionsmöglichkeiten, womit ich mit meiner Zielgruppe in Austausch gehen kann. Ich kann im besten Fall lernen, was sich die Zielgruppe wünscht, was sind ihre Bedürfnisse, Ziele, Wünsche, Träume und dann kann ich darauf eingehen. Die Frage ist aber, tun wir das? Tust du das mit deinem Unternehmen? Setzt du diese Tools auch ein? Oder nutzt du diese Tools eher bei anderen Unternehmen? Und das ist die zentrale Frage. Geh mal auf deine Website und erlebe deine Website mal völlig neu. Andere Perspektive, völlig neue Blickwinkel. Hat deine Website nicht den inhaltlichen und funktionalen Standard aus dem Jahr 2000? Also ich besuche ja nun sehr viele Webseiten einfach deshalb, weil ich viel recherchieren muss und merke dann, dass im Grunde die Interaktion mit der Zielgruppe überhaupt nicht gewünscht ist. Sie ist einfach nicht existent. Es ist eine, sorry, dass ich so direkt sein muss, aber es ist eine Selbstbeweihräucherung. Man positioniert sich, man bläst sich auf und sagt, hier, das sind wir, das ist unser Team, unsere Unternehmensgeschichte, noch ein bisschen Text und so weiter. Und man erwartet so ein bisschen, dass die Leute dann irgendwie am nächsten Tag nochmal vorbeischauen und den Text nochmal lesen, weil er so spannend war. Aber eigentlich haben nur wir uns verliebt in diesen Text. Die anderen interessiert das überhaupt nicht. Die anderen wissen gar nicht, dass es meine Website gibt. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen also dorthin und dort kommunizieren, wo die Zielgruppe ist und nicht so sehr nur auf unserer Seite, wenn diese Seite einfach nichts im Angebot hat, überhaupt keinen einzigen Grund liefert, nochmal wiederzukommen. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle auf unseren neuen Podcast-Sponsor New Lunch. Wenn du deinen Mitarbeitern etwas Gutes tun und vor allem auch für neue Fachkräfte attraktiver werden möchtest, dann schau dir unbedingt New Lunch an. Das Team um die Gründer Michelle Menden und Sven Köhler kümmert sich um subventionierte Mitarbeiterverpflegung durch steuerliche Essenszuschüsse. Das heißt, der manuelle Belegcheck und undurchsichtige steuerliche Vorgaben gehören damit der Vergangenheit an. Das Ganze funktioniert natürlich ganz smart über eine Mobile App mit einem digitalen Marktplatz und kooperierenden Restaurants. Essenszuschüsse sind ohne Frage schon lange eine beliebte Möglichkeit, die Steuerlast sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Angestellten zu optimieren. Und das ist nun endlich von New Lunch bedingungslos digitalisiert worden. Also minimaler Aufwand und direkte Benefits für deine Mitarbeiter statt umständliche Rückerstattungsprozesse über die Gehaltsabrechnung. Tut mir einen Gefallen und schaut euch unbedingt diesen tollen Service von New Lunch an. Geht dazu ins Netz auf www.newlunch.de oder auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr bei eurer Kontaktaufnahme noch Genius Alliance erwähnt, bekommt ihr ganz sicher auch noch ein Special Deal. Und genau so verhält es sich auch bei den Mitarbeitern, die die Unternehmen oder ihr gewinnen wollte. Weil die Mitarbeiter, die neuen Mitarbeiter, stellen sich die Frage, hat das Unternehmen vielleicht ein betriebliches Gesundheitsmanagement? Gibt es irgendwelche Präventionsmaßnahmen? Ist das Thema Sport irgendwie wichtig? Oder fit sein, fit bleiben? Bin ich Teil einer Community in diesem Unternehmen, die sich vielleicht besonders engagiert? Weil ich will ja mit meiner Arbeit einen besonders starken Impact leisten. Gesamtgesellschaftlich oder ökologisch oder beides. Oder wie bedeutsam bin ich denn in diesem Unternehmen? Korre ich da nur einen Kaffee? Bin ich da nur Praktikantin? Oder bin ich nur ein Mitarbeiter von vielen, weil gerade so viele eingestellt werden müssen? Oder ist da ein Interesse seitens des Unternehmens da, aus mir eine Personal Brand zu machen, damit ich dieses Unternehmen niemals wieder verlasse? Ihr merkt schon, auf was meine Fragen abzielen. Also was davon bietest du denn in deinem Unternehmen an? Und wenn du alles mit Ja beantwortet hast, das ist super. Aber die Frage ist, kommunizierst du es auch? Ist das auf deiner Website drauf? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, die neuen Mitarbeiter, die deine Website besuchen, die dich aufsuchen, egal wo, die kommunizieren weniger auf deiner Website, weil das eher so ein Image-Ding ist. In der Regel kann man auch anders gestalten. Aber in der Regel ist das eher so ein Image-Programm, so ein Trailer manchmal. Oder in der Regel eher statisch, nicht erlebnisreich. Und sie kommunizieren aber eher in den sozialen Netzwerken. Also stell dir die Frage, wie stark engagiert bist du in sozialen Netzwerken? Oder bist du sogar schon auf dem Level, dass du sagst, hey, ich baue mir eine eigene Community auf? Okay, das ist das Thema. Gehen wir mal in die Zukunft. Das fand ich nämlich auch eine sehr spannende Perspektive. Und da stellt sie die Perspektive, akzeptierst du in Zukunft auch Bitcoins? Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wow, Bitcoins ist ja noch ein bisschen hin. Aber wer weiß, vielleicht heißt das dann nicht Bitcoin, sondern irgendwie anders Coin. Aber akzeptierst du eine digitale Währung? Und ich weiß jetzt, was in deinem Kopf passiert. Du wirst dir denken, hey, du musst dich erst mal beschäftigen. Was ist das? Was gibt es denn da überhaupt? Wie wird denn das abgerechnet? Was sagt mein Steuerberater dazu? Oder kann man deine Produkt- und Leistung vielleicht sogar mit so einer Augmented Reality-Brille oder VR-Brille oder mit dem Handy oder wie auch immer, kann man das irgendwie interaktiv erleben? Auch wieder Fragezeichen. Meine nächste Frage. Hast du einen virtuellen Showroom im Metaverse? Zugegeben, das sind alles Zukunftsfragen. Aber Fakt ist eins. Wenn du hier nicht mitspielst, dann macht das Geschäft ein anderes Unternehmen. Und dein Unternehmen wird dann Wert verlieren. Es wird nicht weitergeführt werden. Wir haben ein Generationswechselproblem. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit Arztpraxen. Die Arztpraxen werden ja über Jahrzehnte geführt. Wunderbar. Und dann wird der Karteikasten, wo die ganzen Patienten dokumentiert sind, an die nächste Generation übergeben. Und dieser Prozess findet immer weniger statt. Warum? Weil die neuen Generationen, die jungen Leute sagen, bist du wahnsinnig? Was soll ich mit diesem Karteikasten? Warum ist das nicht digital? Ich werde mir das sicher nicht antun, diesen ganzen Wahnsinn zu digitalisieren, die digitalen Prozesse aufzubauen und so weiter und so fort. Was bedeutet das für dein Unternehmen? Denn Unternehmen verliert an Wert. Es verliert an Wert, wenn du keine digitalen Prozesse im Unternehmen hast, um deine Arbeitsabläufe zu automatisieren. Es wird an Unternehmenswert verlieren, wenn du keine digitalen Prozesse hast, um deine digitale Kommunikation zu führen, dein Marketing, deine Vermarktung, deinen Vertrieb zu machen. Und es wird an Wert verlieren, wenn du das Ganze nicht zukunftsweisend ausgerichtet hast. Also wenn du so ein paar Jahren einfach nicht weißt, was eine digitale oder eine Kryptowährung ist und die Leute oder meinetwegen auch der Staat akzeptiert das als zweites offizielles Zahlungsmittel und du kannst es aber nicht annehmen, weil du nicht weißt, wie es funktioniert. Und viele, und das ist immer das Argument, was mir dann so entgegenschlägt, sagen, hey, so schnell kommt das alles nicht. Und die ja Leute haben recht, die das sagen. Es kommt nämlich noch viel, viel schneller. Und mir wird das immer bewusst, wenn ich die Podcast-Folgen höre, so von meinem Lieblings-Podcast, da werde ich euch mal eine Liste zusammenstellen. Vielleicht interessieren euch die ein oder anderen Podcasts auch. Und da wird mir eigentlich eins klar, dass diese exponentielle Entwicklung, das haben wir jetzt in der Corona-Pandemie gelernt, wie so eine Kurve aussieht. Das sind die ganzen Wellenbewegungen, die uns dann immer so nervös gemacht haben. Und nehmen wir die letzte Wellenbewegung, die ist am höchsten. Wir haben so bei der ersten Welle, ich glaube 50er Inzidenz, haben wir schon kalte Füße bekommen und haben alles dicht gemacht. Jetzt haben wir eine tausende Inzidenz oder noch mehr. Und wie soll ich sagen, wir haben uns daran gewöhnt. Wir machen nicht mehr alles dicht, wir überlegen uns andere Strategien. Aber diese Entwicklung ist da, auf die muss ich reagieren. Die findet statt, mit oder ohne mich. Jetzt will ich das Thema Impfung und Corona ja gar nicht zum Thema machen, um Gottes Willen. Sondern ich möchte einfach klar machen, was eine exponentielle Entwicklung ist. Und dass wir mittendrin sind in dieser Hochbeschleunigung der technologischen Entwicklung. Und das wiederum bedeutet, dass zum Beispiel die Rechenpower enorm ansteigt. Und Rechenpower enorm ansteigt. Ich habe einen Podcast gehört, da geht es darum, da wurde eine Genschere entwickelt. Das war jetzt möglich, aufgrund der Rechenpower, die uns zur Verfügung steht. Und mit dieser Genschere kann ich eine DNA reparieren. Die forschen gerade am Muskelgewebe von Kindern, wo das ein degeneratives Gewebe ist, sich zurückbildet. Und ich quasi mit dieser Genschere diesen Missstand wieder korrigieren kann. Das heißt, die Kinder können dann wieder laufen, die können den Muskel wieder benutzen. Der Muskel kann wieder wachsen. Ganz abgefahren. Warum ist das möglich? Weil wir heute die Rechenpower haben. Weil wir das heute mit Computertechnologie entwickeln können. Ganz normal. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle vier Jahre. Jetzt kannst du dich fragen, was weiß denn eigentlich mein Facharzt? Ich hoffe alles zu seinem Thema. Wir können schon heute über das gesamte Wissen der Menschheit verfügen. Das heißt, wir können, wenn wir ein Krankheitsbild haben, dann können wir nachschauen. Wir können unfassbar viel Wissen zu diesem Thema aufbauen in sehr kurzer Zeit. Das kann zum Beispiel ein Allgemeinmediziner nur schwierig, weil der eher den Gesamtüberblick behält. Aber der kann nicht so den Deep Dive machen zu den einzelnen Themen. Da kommst du dann mit deiner Beschwerde, bist voll ausgebildet zu deinem Krankheitsbild und triffst dann einen Allgemeinmediziner, der eher so eine Oberfläche plätschern kann. Ihr betreibt das jetzt ein bisschen. Ich möchte jetzt die Allgemeinmediziner hier nicht schlecht machen. Im Gegenteil. Aber ich möchte sagen, dass die Patienten heute viel mehr wissen. Wir können uns noch über die Qualität dieser Information streiten oder darüber, inwieweit das wirklich eine Relevanz hat. Inwieweit man dann Symptome und Wirkungen, Wechselwirkungen und so weiter gut abschätzen kann. Aber zugegebenermaßen drehen wir das Ganze 30 Jahre zurück. Da wusste man bei weitem nicht so viel wie das, was wir heute machen können. Oder uns recherchieren können. Das nächste Thema ist die Kommunikationswege verkürzen sich massiv. Früher haben wir gedacht, wie cool ist denn das? Ich kriege das am nächsten Tag geliefert. Wenn ich das vor zwölf bestelle, dann kriege ich das am nächsten Tag geliefert. Nehmen wir Gorillas. Die liefern dir das in zehn Minuten an deinen Arbeitsplatz. Hast deine Kopfhörer vergessen, sitzt im Hotel, ärgerst dich, bestellst du das schnell bei einer Plattform und dann hast du in zehn Minuten deine Kopfhörer. Oder Ladekabel vergessen. Bestellst du einfach. In zehn Minuten ist das da. Auf deinem Hotelzimmer. Alles geht super schnell. Und wenn du da nicht mithalten kannst, hast du ein Problem. Und wenn du nicht so kommunizieren kannst, wie deine Zielgruppe das möchte und macht, hast du ein Problem. Und du weißt es ja an dir. Das ist ja das Interessante. Wir adaptieren weniger gut vom Privaten ins Geschäftliche. Also wenn ich privat sage, hey, da habe ich drei Messenger, da bin ich bei Facebook, da poste ich meine Bilder und stelle die über einen Link meiner Familie zur Verfügung und was auch immer uns sonst noch einfällt. Bei unserem Unternehmensschluss. Das übertragen wir nicht. Und das ist der Fehler. Deswegen mein Tipp, Zielgruppenorientierung. Punkt eins, wie kommuniziert der Kunde heute und vor allem morgen? Also nicht nur an heute denken, sondern auch am Morgen. Und zum Beispiel mal überlegen, Messenger, ist das nicht eine viel schnellere, direkter, persönlichere Kommunikation als jetzt ein E-Mail-Link auf der Website? Nur mal so ein kleiner Hinweis. Das nächste ist, wie willst du wahrgenommen werden? Wenn du für Qualität stehst und das vielleicht sogar noch in deinem Slogan, in deinem Markenversprechen auf der Website steht, dann musst du auch in Qualität kommunizieren. Da muss deine Kommunikation schnell sein. Deine Kommunikation muss präzise sein. Deine Kommunikation muss ein Bot führen. Warum? Weil der 24-7 online ist und Fragen beantworten kann. Und nächste Frage, was soll dein Kunde erleben? Ganz wichtiges Thema. Was soll er erleben? Das eine ist, wie soll er dich wahrnehmen? Was soll er über dich denken? Und das andere ist, was soll er aktiv erleben? Hast du eine Website? Standard 2000. Null Funktionalität, nur Image. Ist das Kundenerlebnis? Fragwürdig, ganz klar. Und wenn du das änderst, wenn du in Communities denkst, im Blog, Video-Channel denkst oder Podcasts oder Live-Chats oder was auch immer, Interaktion, Kommunikation und Dialog mit deinem Kunden führst und ihm ein Service-Erlebnis der ganz besonderen Art kredenzt, wirst du diesen Kunden a. schneller gewinnen, b. langfristig halten. Und jeder gewonnene Kunde ist so unfassbar viel wert, weil wenn das Vertrauen einmal da ist, dann kann ich daraus ganz viele Folgeaufträge machen, weil der Kunde ist zufrieden. Warum soll er gehen? Und diesen Wert wieder zu erkennen. Und gerade wir in Deutschland, ich kritisier das ja regelmäßig im Podcast zugegebenermaßen, aber gerade wir in Deutschland haben einen echten Auftrag, was unser Service-Erlebnis angeht. Ruf doch mal deine besten 10, 20 Kunden an und frag, wie es denen geht. Wie geht es dir mit meinem Produkt, mit meiner Dienstleistung? So einen Anruf haben die noch nie bekommen, weder von ihrem Telekom-Tele-Kommunikationsanbieter noch von ihrem Bäcker nehmen an oder sonst wem, weil es einfach keinen interessiert. Und damit kannst du punkten, damit kannst du einen Unterschied machen. Weihnachtsaussendung, Wertschätzung, achtsam mit den Kunden umgehen. Einfach mal anrufen und sagen, hey, wenn ich dir eine Frage stellen darf, hast du diese eine Minute Zeit für mich? Was kann ich an meinem Service verbessern? Du brauchst dir ja noch nicht mal selber was ausdenken. Das liefern die dir ja.